Let's go wild mit Wildlife Park 3. Erlebe 25 unglaublich realistisch nachgebildete Tierarten hautnah. Berücksichtige die verschiedenen Bedürfnisse der Tiere bei der Planung des Parks und der Gehege. Erschaffe deinen eigenen Wildlife Park und manage ihn erfolgreich. Berücksichtige die Wetter- und Witterungsverhältnisse. Sie wirken sich auf das Verhalten der Besucher, der Tiere und der verschiedenen Pflanzenarten aus. Zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten bei Gebäuden und Gehegen stehen zur Verfügung und lassen einen ganz individuellen Park entstehen. In Wildlife Park 3 wirst du zum erfolgreichen Tierparkmanager. Behalte die Einnahmen und Ausgaben des Parks und seiner verschiedenen Besucher- und Tiereinrichtungen im Blick. Lege die Preise bei den Besuchereinrichtungen fest. Stelle Personal ein und kümmere dich um ihre Weiterbildung. Handle mit anderen Tierparks. Kaufe und verkaufe Tiere auf dem internationalen Tiermarkt.